Heute zog ich für euch Dante's Fall, weil wir müssen so tief fallen wie wir können. Alter das ist ja geil total was. Probieren wir gleich nochmal. 288 Meter sind wir hier fallen. Alter das ist richtig geil. Schon 472, probieren wir gleich nochmal. Nein! Eben mal probieren, oder? Ja, das spielt echt. Das haben sie gut fallen lassen. Ah ja, gut. Probiert es einfach mal aus. Ich finde es eigentlich ganz lässig. Also, euch kann ich es auf jeden Fall empfehlen. Vielleicht macht es euch Spaß. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein! Ciao!